Ich spiel halt zu 90% mit der Kastoff, Alter. Ich spiel jetzt die ganze Zeit nur mit der Pistol halt und halt die Razorback. Weil die halt keinen Rückschuss hat. Ja, ich hab die auch, aber wie gesagt, ich hab die glaube ich tot gespielt. Jens, deine Lieblingsmap? Sprichst du jetzt schon raus? Fragen, die wir uns nicht stellen brauchen. Zähl mal eher raus und es ist trotzdem nicht er da. Na und? Ist mir egal. Hallo? Was ist denn? Hallo? Wieso Buggy an der Leiter? Hör auf damit. Karma. Wer hat das? Mach du dir mal Kills, Alter. Ich bin die Sani. Eine Armbrust. Jens, was für dich? Was? Mit 2000 könnten wir uns für unser Loadout auch fast holen oder so. Da oben offen. Ey. Ach Jens. Was denn? Ich hab's helft. Oder willst du mich hochholen? Ich hab's helft. Nee, ich kann ihn auch hochholen. Oh, bist du cool. Lecken wir dich wieder zusammen. Hallo? Ich kann nicht. Hä? Der macht nix. Hol dich jetzt hoch Jens. Ja, muss ich holen. Ich kann nix machen. Der macht nix. Ach Holly. Ey, jetzt ist hier oben einer. Willst du mich ficken? Könnten zwei sein. Pass bitte auf. Gute Arbeit. Nee, der ist runtergekommen mit einem Fallschirm. Feindliche Drohne aktiv. Verbündete Ausgutung. Wirklich flach. Was hast du denn gemacht? Weggesniped. Deine Geartete bringt auch nix. Du Ficker. Hast du? Ja? Ja, der hätte geartete. Komm zu dir. Der ist durchs Fenster gekommen. Ich hab das vorne hier. Wollen wir lauter tönen, Oli? Äh, wäre schlau, oder? Ich wollte in den Underground gehen. Warum? Ich wollte in den Underground gehen. Ja, du kommst auch nix in der Nähe raus. Da kannst du auch gleich hinfliegen. Die waren hier oben. Das lohnt sich ja gar nicht. Wir kommen gleich und da sofort abhauen. Von mir aus kommen wir da aus dann. Okay, Chef. Da war dann außen lang und dann... Hat die einer schon? Wollen wir jetzt, oder wann? Über die Häuser. Ja. Oder wir können auch n Untergrund hier. Na, wolltest du eigentlich die Geartete haben? Nö, nö. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass da einer ist. Warte mal. Ja, ne, warte mal. Hat jemand Laser auf seiner Waffe? Äh, ich... Na, wenn er auf eine Pistole kommt. Hier steht einer! Dirk auf! Mach fest, ich komm mit rein! Eins, zwei... Ich hab nen Laser auf meiner Waffe, ja. Na, das war... Nein! Die Frage war deshalb, weil ich halt die gesehen hab. Von wo? Die stehen da genau bei den Einkaufsdings. Die kommen da nicht weg. Ich hab einen Nox. Was? Komm jetzt! Steh auf, du Dreckscharakter! Hat nen Hit. Aber einen Nox! Ich bin blind. Aber einen Nox! Nein! Feindliche Drohne über uns! Kann mir einer helfen? Da liegt noch einer! Das ist doch nur Verarschen! Wie viele sind denn das? Jens, komm mal, Jens. Olli, holst du mich? Da bist du. Oh, ne, ich hol kurz Jens. Ich hab nur... Hei-Hei-Weste. Geht ganz schnell. Dank Olli. Oh! Ich hol mich selber. Na, okay. Ich geh in die Zone. Digga, ich wusste, dass da einer lag. Ich hab das nur gesehen, weil ich ge... Deswegen hab ich euch gefragt, ob jemand Laser dran hat. Weil ich so einen Laser kurz gesehen hab. Ich dachte, du meintest... Ich dachte, du meintest so... Hä? Ich hatte so einen roten Laser von links gesehen und... Hey, warte mal. Ich hab mal ne Geharte zu tun. Er grün. Als hoffe wir alle geharte da. Ich nehm dann lieber... Jungs! Bei mir, Team! Muss weg! Oh mein Scheiße! Oh mein Gott! Danke! Endlich spielts ordentlich! Ach, f*** dich! Das ist nur die Weste, ne? Oh, der fliegt gleich vor uns! Ich hab einen betäubt gerade. Der muss... Vielleicht schwimmt der auch. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt Wasser gefallen, Leute! Oh, ich bin jetzt Wasser gefallen! Was haben denn die für'n Spot, Alter? Nein, nein, nein! Brich doch! Brich doch ab, Alter! Kann mir einer auch helfen? Jens, kommst du da raus? Schwierig. Ich f*** dich. Ich f*** dich. Er hat mich gesteht. Oh, so ein Wurensohn! Ich kann mich holen, da muss nur Druck machen. Ja, super! Echt? Das ist direkt noch vor mir. Ja, Sascha. Mach' nicht so'n Stress! Noch einer! Ich brauche... Blatt! Bei mir! Ja! Ja! Natürlich bei einem Team, Alter! Dann triff doch wenigstens, du Lappen! F*** dich! Crazy, hast du mal zwei Blatten oder so? Ich hab auch... Ich hab auch... Dieses Scheiß-Spiel, ne? Ist zum Kotzen. Ich bin runtergesprungen, ne? Ich bin unten. Sascha, komm her! Lecken wir dich wieder zusammen! Pass auf! Gucken! Ich weiß halt nur nicht, wo die hin sind. Weiß einer, wo die hin sind? Habt ihr die gesehen gehabt? Ne, die sind außerhalb der Zone. Die sind hoch, da war doch auch ein Seil dahinten. Ach, die sind hoch. Muss ja, weil da hat mich der letzte eine umgebracht. Ich hab 300, ich kann dir was geben. Kommt'n der ja? Ich dachte, das war Olli, Alter. Wo kam... Wo kam der denn jetzt her? Hä? Keiner, ich dachte, das war Olli. Hat der Platten gehabt? Hat der Platten? Ja, ja, ja. Ich hab sechs Stück aufgehoben. Oh, geil! Verfluchte Kiste, ist auch noch hier. Okay. Hab ich hingehauen? Ja, Platten richtig, richtig grad. Bin ich ehrlich. Wo gehen wir hin? Wie machen wir's am besten, Jungs? Hoch gehen? Nicht hoch gehen? Hoch gehen? Nicht hoch gehen? Wir müssen jetzt dann entscheiden. Kommt ihr? Nee, wir müssen außen lang, außen. Von wo? Immer ich. Es ist zum Katzen, ey. Es ist Dreckspielen. Wo ist denn der Bastard? Geilchen. Ist gedowned. Dort nur ein. Ausgelöscht. Das war nur der eine. Wir können wieder... Die Zone geht wieder zurück, das ist gut. Ich hab halt nur keine Panzerung. Ich bin... Oh geil, 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 geil. Mega. Was hast du jetzt alles? Was brauchst du? Keine... Keine Panzerung. Ja, Oli, komm her. Komm her, komm her. Wenigstens 3 für... Ne? Danke. Ich will mal gucken... Die ist Munition, ne? Guck mal kurz, was der Typ noch hatte. Ich hab neun Platten. Äh, Oli, komm her. Ja, gib mir nochmal 3. Ich hab von denen die Platten noch gesteht. Danke. Also, ich hab 6. Ja, ich hab jetzt 3 noch. Pass, pass, pass. Hat jeder von uns ne Dings-Maske? Ich ja. Ne. Scheiße, ich hab nur noch eine mit 9%. Alter, die bringt uns gar nichts. Das ist ne Mine. Es geht nämlich im Endeffekt nur darum, wer jetzt am längsten überleben kann. Weil wir gehen definitiv nicht hoch. Wie doof wär das? Ich hab noch eine Sunny Weste. Ich kann wenn dann, äh, mich opfern oder zum holen nochmal. Oli, soll ich dir meinen Legasmus gegeben? Ne, ne. Du brauchst ja das selber. Jajaja, die stehen da oben. Die stehen da oben und gucken runter. Die stehen da oben und gucken runter, Digga. Soll ich mal? Oli, geh da weg. Oli, die müssen ja irgendwie... Der ist genockt! Einer ist genockt! Wir holen ihn jetzt. Wir haben es für die besten Ferts geschafft. Toad! Toad! Ich darf nicht schießen, was am lieb! Scheiße! Ja, Leute, wie machen wir das jetzt hier? Möge ich der Beste gewinnen, oder wie? Ich geh ins Wasser. Ja, ich hab gar nichts mehr. Ey, einfach, einfach... Bleib einfach in der Zone. Bleib einfach in der Zone. Ihr müsst überleben. Ich hab... Keine... Dings mehr. Ich hab... Ja. Betäubungsgranate! Hab ich jetzt mal angehettet. Der hat noch Scham bekommen. Wir haben! Wir haben! Wir haben gewonnen! Zwei sind noch oben. Zwei sind noch oben. Die kommen jetzt entgegen. Die wollen jetzt runterpushen. Ne, die rennen wieder zurück. Die bleiben oben. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Kannst du noch holen? Kannst du Sascha holen? Okay. Ja! Ja, Junge! Ich hab am nächsten überlebt. Ich bin zu... Geiles Ding, Alter! Ne, ich bin echt hochgepusht. Weil ich hab schon keine Maske. Das... Deswegen hatte ich nichts zu verlieren. Ich hab jetzt beide nochmal angeschlossen. Einer cracked. Der andere hat auch nochmal Hits bekommen. Das ist doch der Überlebenskünstler. Ja, jawoll. Kommando. Helfer. Ja, naja. Ich bin halt das Helfer-Line. Was wollt ihr? 4 Kills. Oh, ich hab 6. Wann hab ich denn 6 Leute umgebracht? Ach ja, der Hütte am Anfang. Scheiß, die Wand an, ey. Warum hat eigentlich Sascha so viel mehr Punkte als ich? Ja. 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 Ja.